Entschuldigung, Lilly. Es tut mir furchtbar leid. Schnell zum Krankenhaus, bitte. Halt, Moment mal. Hat er Sie geschlagen? Er, mich? Also bitte. Er kann mir noch nicht mal im Bett zum Spaß den Hintern versohlen. Nein, er sagt, oh Schatz, hat das wehgetan und ich komm schon. Gib's mir, na los, du Weichei. Oh, ich kenn Sie überhaupt nicht. Oh, ist okay. Erzählen Sie weiter. Also dieses Versohlen, ja? Tragen Sie dabei Unterwäsche oder sind Sie nackt?